Es gibt Behinderungen, bei denen ihr von anderen Menschen begleitet werden müsst, damit ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren könnt, zum Beispiel bei manchen Gehbehinderungen oder Sinnesbehinderungen. Damit ihr die Begleitperson kostenlos mitnehmen könnt, braucht ihr einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B. Ihr wollt mehr dazu wissen? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen bei Betacare, der Informationsplattform rund um die Themen Krankheit, Soziales und Recht. Ich bin Joshua und auf diesem Kanal klären wir euch jede Woche über die Leistungen und Hilfen auf, die euch zustehen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, das würde uns wirklich riesig unterstützen. Wir starten direkt mit der ersten Frage, was ist das Merkzeichen B? Merkzeichen sind Kürzel auf dem Schwerbehindertenausweis für bestimmte Arten von Behinderungen, bei denen euch Nachteilsausgleiche zustehen, auf die ihr ohne die Merkzeichen keinen Anspruch hättet. Zum Beispiel, dass ihr kostenlos in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Begleitperson mitnehmen dürft. Genau dafür steht das Merkzeichen B für Begleitung erforderlich. Anders als bei allen anderen Merkzeichen findet ihr das Merkzeichen B auf der Vorderseite des Schwerbehindertenausweises. Nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ihr dürft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich auch trotz Merkzeichen B alleine reisen. Nur sind wirklich barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe und Haltestellen leider immer noch Glückssache in Deutschland. Es ist sogar extra gesetzlich geregelt, dass das Merkzeichen B nicht bedeutet, dass ihr damit im öffentlichen Nahverkehr eine Gefahr für euch oder andere darstellt, damit niemand auf die Idee kommt, euch wegen dem Merkzeichen das Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbieten. Wer bekommt das Merkzeichen B? Das Merkzeichen B könnt ihr nur bekommen, wenn ihr eine Schwerbehinderung habt und eines der Merkzeichen G für gehbehindert, GL für gehörlos oder H für hilfsbedürftig habt. Diese erste Voraussetzung trifft nicht auf euch zu. Dann bekommt ihr leider auch nicht das Merkzeichen B. Auch dann nicht, wenn ihr in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich auf eine Begleitperson angewiesen seid. Hier ist ein Beispiel, damit ihr das besser versteht. Anna hat wegen Depressionen, Zwängen und einer Angststörung eine Schwerbehinderung, aber sie ist weder gehbehindert, noch gehörlos, noch hat sie das Merkzeichen H, weil sie in den meisten Situationen ohne die Hilfe anderer Menschen zurechtkommt. Wegen ihrer Angststörung kann sie nicht ohne Begleitung in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber sie hat trotzdem kein Recht auf das Merkzeichen B und muss für ihre Begleitperson immer einen Fahrschein kaufen. Das klingt merkwürdig und ungerecht, es ist aber leider so. Falls es euch so wie Anna geht, haben wir einen Tipp für euch. Ihr könnt eine Assistenz über die Eingliederungshilfe beantragen, die euch im öffentlichen Nahverkehr begleitet. Falls euch die Assistenz bewilligt wird, sind die Fahrscheine für die Begleitperson inklusive. Ihr wollt wissen, wie man an solch eine Assistenz kommt? Dann schaut einmal unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen passenden Link. Übrigens, wenn ihr mehr zum Thema Schwerbehinderung oder zu den angesprochenen Merkzeichen wissen wollt, dann lohnt sich ebenfalls ein Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Links zu anderen Videos von uns und zu vielen Infos zu diesen Themen. Als zweite Voraussetzung fürs Merkzeichen B müsst ihr wegen eurer Behinderung beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln regelmäßig fremde Hilfe brauchen. In bestimmten Fällen wird automatisch davon ausgegangen, nämlich wenn ihr querschnittsgelähmt seid oder wenn ihr zu den sogenannten Ohnhändern zählt, zum Beispiel nach einer Amputation bei der Hände oder wenn ihr schon immer ohne Hände lebt. Außerdem gilt das auch, wenn ihr das Merkzeichen G für gehbehindert habt, weil ihr blind seid oder eine Seh- oder Hörbehinderung habt. Oder wenn ihr das Merkzeichen G wegen einer Anfallskrankheit wie zum Beispiel Epilepsie habt. Auch mit dem Merkzeichen G wegen einer geistigen Behinderung bekommt ihr automatisch das Merkzeichen B. Wenn ihr eine ähnliche Behinderung habt, reicht es oft aus, dass ihr auf diese Ähnlichkeit hinweist. Aber in allen anderen Fällen müsst ihr nachweisen, dass ihr beim Benutzen von fast allen öffentlichen Verkehrsmitteln und bei fast allen Fahrten Hilfe braucht. Nur weil es zum Beispiel irgendwo einen ganz besonderen Zug gibt, mit dem ihr eigentlich ohne Hilfe fahren könntet, darf euch nicht das Merkzeichen B verwehrt werden. Andererseits bekommt ihr das Merkzeichen B auch nicht, wenn ihr zum Beispiel nur die Türen bei bestimmten alten Zügen nicht ohne Hilfe aufbekommt, weil heute die meisten Türen von öffentlichen Verkehrsmitteln einfach per Knopfdruck aufgehen. Das bedeutet, je weniger Barrieren es im öffentlichen Nahverkehr noch gibt, umso weniger Menschen bekommen das Merkzeichen B. Wenn ihr das Merkzeichen B beantragt, müsst ihr angeben, welche Hilfe ihr beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmitteln braucht. Braucht ihr Hilfe beim Ein- und Aussteigen oder braucht ihr Hilfe während der Fahrt oder braucht ihr Hilfe zur Orientierung? Was bringt das Merkzeichen B? Jetzt wisst ihr, wann ihr Anspruch auf das Merkzeichen B habt, aber was genau bringt es eigentlich? Nun, die Begleitperson dürft ihr mit dem Merkzeichen B nicht nur im öffentlichen Nahverkehr kostenlos mitnehmen, sondern auch im Fernverkehr, also bei ICEs, ICs oder ECs. Aber Achtung, die Wertmarke für Menschen mit Behinderungen gilt nur im Nahverkehr. Das heißt, für euch selbst müsst ihr im Fernverkehr einen ganz normalen Fahrschein kaufen. Außerdem könnt ihr auch bei innerdeutschen Flügen oft kostenlos eure Begleitperson mitnehmen. Fragt aber immer unbedingt vorher nach. Und noch ein wichtiger Punkt, oft ist mit dem Merkzeichen B eure Begleitperson von der Kurtaxe befreit, die in manchen Urlaubsorten in Deutschland anfällt. Wir hoffen, dass ihr euch jetzt gut informiert fühlt. Zum Abschluss wollen wir euch noch unseren Ratgeber zum Thema Behinderung ans Herz legen. Ihr findet dort Infos über die Themen GDB, Schwerbehindertenausweis, Merkzeichen, Teilhabeleistungen, Eingliederungshilfe und vieles mehr. Ihr bekommt den Ratgeber kostenlos in unseren Partnerapotheken oder unten in der Videobeschreibung zu runterladen. Wollt ihr wissen, welche Merkzeichen es sonst noch gibt und wofür sie stehen? Dann empfehlen wir euch unser Überblicksvideo zu den Merkzeichen. Ihr findet es hier. Falls ihr noch Fragen und eigene Erfahrungen zu diesem Thema habt, macht uns doch eine Freude und schreibt diese unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer BetaCat Team.